Als Arzt und Mediziner kann ich die Arbeit des Freirauminstituts nur befürworten. Gerade die Hypnose-Therapie hat ein großes Potenzial, den Patienten zu helfen, dass viel mehr Ärzte gerade diese Sachen machen sollten. Also mir hat das Seminar sehr gut gefallen und ich kann es nur jedem Arzt empfehlen, weil das ist ein Werkzeug in unserem Werkzeugkoffer der Kommunikation und das kann nur gut sein.